Moin Freunde, was geht und Willi kommen zu diesem Video. Ne, wir haben ja hier letzten Mal gestoppt bei Half-Life. Und ja, wir haben jetzt auch noch mehr. Wir fahren mal weiter. Entschuldigung. Gerade ganz kurz raus. Ich habe mir gehört, mein Mikro ist ziemlich leise. Jetzt werde ich das mal ein bisschen weiter machen. So. Jetzt solltet ihr mich besser hören. Und dann, let's go. Hallo, ich kann es wiederholen. Wovon bin ich jetzt gestorben? Wovon bin ich jetzt. Wovon bin ich jetzt. Wovon bin ich jetzt. Ich kann auf einmal leben. Oh Gott, jetzt habe ich jetzt hier sitzen. Ich habe eben noch keine Ahnung wie man in dem Video geht. Ich bin noch von da kommen. Okay, ich denke ich muss hier rein. Scheiße hat mich das Ding erschrocken. Ich bin noch gar nicht mehr. Ich bin noch gar nicht mehr rum. Ich bin noch gar nicht mal hemmet. Aber wie Reload hat man denn in den Game? Was ist das? ja also dann los warum lassen sie mich hier na gut ich werde hier bleiben und auch meine Kollegen waren die Stimmen so ganz ähnlich mit egal was ihr sagt speichert es hier ich will das ganze nicht mehr tun Ich weiß, dass da jetzt gerade noch einer einzieht, ne? Oh ne! Bro, geht das also wieder mit? Ja, ich weiß es. Ich glaube, das ist nur noch. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Hä, Geiss, was muss ich tun? Hilfe! Ich bin noch ein bisschen los. Ich muss es hier schon aufbringen. Ich glaube, ich muss jetzt nicht wieder zurücklaufen. Ja, 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 ja. Oh mein Gott. Geh auf! Uli! Geh auf! Geh auf! Geh auf! Geh auf! Geh auf! Geh auf! Ich habe so keinen Plan lösen müssen. Ja, ich bin wieder tot. Alles hier zu gut, ne? Ich mein, das ist ja noch schlechter. Versteh... Ok, versteh, versteh, du bist gut. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ich mag es aber nicht, dass ich den Locken eingehen habe. Und das sieht absolut nicht ein Land aus. Ich weiß, ob das... Geht's mir doch Leben! Ich kann aber nicht in die Heidung. FF, G, H... Oh, das ist nur Reload. Ich weiß nicht, wie ich... ... oder wo wir leben. Was ist immer noch drin? Oh ja, ich siehe, ich siehe. So, sterbt. Mit dir, Gold, bist du noch nicht. Ne! Nein, nein, nein! Nein, 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 nein! Das ist ja nicht. Okay, wir melken uns nicht in den Tauch, die beiden. Das ist ja gut. Und jetzt einfach Langes machen. Ich weiß, es ist scheiße, dass ich mal hier war. Es ist so dumm, dass ich ein Leben habe. Eines, ne? Was ist das? Ach so, was wir zu können? Okay, ich kann mich auf den Tod. Okay, ich kann mich auf den Tod. Okay, ich kann mich auf den Tod. Guck, ich kann mich auf den Tod. Ich kann mich auf den Tod. Ich hab keine Munition mehr... Ich habe keine Munition mehr... Nein, nicht mehr. Okay... Ich hab eine fröhliche Hilfe mit der Stange... Aber dann endlich mal... Perfüten... Es gibt einen Angriff, der sich hier verabschiedet hat. So, jetzt mache ich das, mache ich das, mache ich das, mache ich das, genau, so, denn ich habe jetzt nur ein Leben und ich spiele es nicht, so, ich mache jetzt ganz klar, dass es ist. Da ist er, 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 da ist das jetzt nicht gestorben. Ich schieße jetzt nicht. Nein, nein, nein! Ich schieße jetzt, ich schieße jetzt, ich schieße jetzt. Oh, shit! Okay. Okay, ich kann nicht mal die Lade, das ist schon nicht schön. Ich fahre jetzt, wenn ich hier bin, ich möchte. Okay, ich glaube, ich muss das Ding da, das da kommt. Oh, ich warte, ich kann auch die Röhren. Ist das der gewollte Weg des Gangs? Ich glaube nicht, aber egal. Okay, wenn ihr das überlebt, ist er gut. Holy shit! Ich würde den Scheiß nie mehr machen. Ich glaube nicht, wenn die Röhren werden, ist er nicht gut. Ich glaub von jetzt sind die Blumengeist. Von dem 40%. Wie cool ist das denn Hitze damit machen? Ich glaube, ich habe nichts mehr. Hey, wie soll ich denn jetzt runterkommen? Ich habe ein Leben. Ich glaube, ich habe nichts gesagt. Ich kann nichts zurück, wie ihr seht. Und hier sterbe ich, wenn ich runtergehe. Aber was ich versuchen kann, ist... Ich kann es nicht umschießen. Ich kann es nicht umbringen. Was ist das? Nein. Das ist geil. Ich habe ein Leben, Bro. Ich bin Apollo. Oh, Alter. Ich bin carrots und das ist kein Problem Ich esse das Geld Ich habe den Job des Lebens gegeben Jetzt bin ich wieder saflig Ich bin eigentlich wieder sterben Wenn ich dann das versuche, auf den zu landen, aber mehr als das so nicht genau zu landen. Ich hasse dich. Kann ich auch nicht? Nein. Das war's leider mit dem Part. Es tut mir leid, dass ich nicht herzlich weiterkomme. Danke für's Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ayaka Metendo.